weiter geht's mit kupa nito allstars zuckers die siegesserie von schnurrasch moin hoffentlich ja also es könnte natürlich passieren dass es nach 90 minuten 00 steht zehn minuten spielzeit dann könnte das vielleicht unser längstes video werden außer wir brechen dann irgendwann ab was gibt es denn noch als unentschieden möglich unentschieden möglich also wir können auch unentschieden spielen die beiden sachen ja okay bestimmt ich hatte gerade auch ein bisschen rote connection da im discord so dann geht's los das ja es geht los was ist ein b schießen bei mir ja ich meine auf meinem controller was da b ist in der halle ich bin lidland hier rutscht der ball ein bisschen oder ich kann das sein dass ja bei ihr nicht ins ausgehen kann ja das ist ja geil alter falsche richtung geschossen ich nervt das ein bisschen dass man die aktionen die man als abwehrspieler macht dann auch automatisch übernimmt beim offensiv guck mal wie ich an ich printet kann man ja hier musst du aufpassen er geht nicht ins aus hier das wird echt interessant leck mich doch ich wollte doch abspielen das mit dem ich muss jetzt schießen üben glaube ich ich habe doch abgespielt haben die eigentlich auch erschöpfung ich glaube ich stehe ich glaube den hast du aber gerade so erwischt ey ich wollte gerade schießen wo wolltest du da mit deinem torwart hin keine ahnung der ist raus gekommen da kommt andauernd raus der apfer war außerhalb des 16 das ja ja siehst du deshalb bin ich zu blöde zum schießen leute kommt schon wieder eine errungenschaft vielleicht war ich der lobbyführer bin oder ich habe es irgendwie ausgeschaltet weil beim letzten spiel war das ja auch schon so bei mir dass sie die erste dass sie nicht angezeigt werden als ich ausgemacht habe dann kamen die alle meine ich ja aber ich wusste nicht wie ich das gemacht habe ich glaube das sind aber so eine random sachen das ist jetzt irgendwie so ne ich weiß nicht mal was das ding macht oder hast du gefühl dass es sich anders spielt ich habe irgendwie das für das er langsamer ist oder immer wenn man gerade abspielen will ja ist ja bei mir auch immer kurz vorm tor guck mal ich komme gar nicht zum schießen üben ich komme ja nicht ins strafraum das sieht fast so aus als wenn das unsere hilfe gerade ist aber ich wüsste nicht wofür dass du den radios siehst wo wo man vielleicht die grätsche treffen kann ja wieder auf mann aua guck mal ich stehe schon wieder lol jetzt bewegt er sich nicht weil er gegen die wand gedopt ist hast du dich hingelegt die abo bei ihm hier das und die abo war schon halbzeit das wird wird wirklich das längste spiel wahrscheinlich schon ja aber das wird noch nicht ausgefunden haben wie man jetzt ordentlich tore macht das ist eigentlich traurig na so nicht mein freund so nicht wäre aber cool gewesen ja die dinger gehen immer hinauf im torwart ne und vor allen dingen nochmal angeschossen hallo wie lange bleibt denn das ding noch da wissen nicht das das habt ihr das gefühl dass das unten eine hilfe gerade ist die da anders weißt du weil du siehst ja die lol was ist das denn du hast du unten was gedrückt da kam elektro ja ich weiß glaube ich auch was ok doch nicht scheiße ich kann es nicht reproduzieren das ist schon wieder ist das deine fähigkeit wie kann man denn hier fähigkeiten machen jetzt hast du deine aktiviert habe ich ja beim tor ist irgendwas ach wieder dieser nein ich bin mit dem torwart raus ich bin mit dem torwart raus ich bin mit dem torwart raus wie kannst du ihn das gemacht ich glaube du kannst ihn ja auch markieren oh hoch zum glück passt du nach hinten dein spezialschuss schönes ding schönes ding ich hab auf den torwart geswitcht ich habe aber auch da die torwart im tor ja das geht gar nicht guck dir den an heftig aber im moment komme ich ja nicht mal und wie in die nähe von dem strafraum also deine verteidigung steht gerade nicht nur die verteidigung ja gut war ja auch ein bisschen fieser mit deiner fähigkeit die ganze zeit hallo die war schon längst wieder weg wieso geht denn der nicht rein mir ist richtig warm gerade ich dachte also ich dachte wirklich der geht rein warum ich lasse mal glaube zu schnell los oder wie viele sekunden hat man da ich habe keine ahnung ich glaube unendlich aber das problem ist ja so der liegt ja noch offen wohnen geht ja dann das ist ich weiß nicht wie man das abstimmt doll diese rutsche 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 aber du machst das schon ganz gut da mit diesen direktschüssen immer warum kriegt denn der torwart den ball ja dah da ist es jetzt worte ich ein bisschen länger zeit lassen kann das sein dass man den torwart generell nicht attacken kann aber du musst schon sagen also kombinationsmäßig spielst du gegen gladiola also gegen kovac wieso aber immer in die mitte dabei die auch also bevor wir jetzt hier die in die revanche gehen werde ich jetzt erstmal werden wir jetzt erstmal zehn minuten pause machen ich werde jetzt erstmal meinen anwalt anrufen und dann ob das hier alles so mit rechten dingen zugeht ja also der rechte neben mir sagt ja der rechte der rechte neben dir was denn von rechter neben dir er sagt es geht hier alles nach rechten dingen zu haben wir ja hier auf jeden fall eine mega strähne beim schnorr deshalb diesmal abonniert bei mir und bleibt und so ne und bei ihm dass die abos und so alles klar spitze bedanke mich tschüss abonniere mich tschüss